Moin Moin, willkommen zurück zu einer weitere Runde von Leech-T2 im Ranglisten-Modus. Der geht wohl aufs Early-Game mit Auszahlung direkt. Dann gucken wir mal, ob wir mit dem Champion mitgehen können. Obwohl wir natürlich super stark. Statt dem Kasket nehme ich die Katzen. Sonst bin ich soweit zufrieden. Nehmen wir so. Sakura-Bloom-Champion. Fünf Worker. Äh, Büro-Schneckereien, was weiß. Ready. Okay, Büro. Mit Auszahlung auf dem Pyro gehen? Hm. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Aber egal. Oh, der geht auf Safe. Bomb-Crusher und Köter. Aber der will auch Safe. Kein Fiesta. Sonst hätte die andere Katze kein Steak. Doch. Ne. Also klar könnte jetzt liegen, dadurch, dass ich die Schnecke geschickt habe. Eventuell. Mit zehn Leben. Ja, ein Gold mehr für mich. Nehmen wir auch mal mit. Ich werde mich jetzt hier zurücklehnen. Und gar nichts machen. Muss ich auch nicht. Ich muss gar nichts machen. Meine King upgraden. Zack. Und erstmal beobachten. Er kann mir keine zwei Hobos auf drei schicken, weil er gerade gesendet hat. Wahrscheinlich auch gesehen, dass ich Champion habe. Deswegen macht das auch keinen Sinn. Er hat aber schon sechs Worker durch die Auszahlung. Was ja auch nicht verkehrt ist. Hier muss ich aber noch nichts bauen. Sakura Blume Champion hält auf drei locker. Können wir mal eine Schnecke probieren. Dadurch, dass der Köter jetzt schwach ist und der Bomb-Crusher auch mehr Schaden bekommt. Mit fünf Prozent. Können wir mal den Versuch starten. Wenn nicht, dann nicht. Double Killter und Meerestracher. Okay. Ja. Die One-Shot ist alles. Wir können den Worker mitnehmen. Und gehen dann auf eine Katze. Was wird da helfen. Der heilt so gut. Ein Angler. Nimm die Katze doch mit. Double Upgrade. Da können wir uns den Split abholen. Das ist gut. Da wird ja nicht viel passieren. Außer noch den Worker. Held können wir mitnehmen. Held können wir mitnehmen. Dann würde ich auch gerne hier den Golem und die Yosora haben. Ich mache das mal Upgrades. Ich würde auf sieben probieren. Sieben ist gut für mich. Um zu senden. Nächste Wave. Nächste Wave. Auch ganz okay. Aber ich gehe auf sieben. mitnehmen. So. So. Wir haben zwei von dem platzieren. Gucken mal wie wir uns in der nächsten Wave so schlagen. das ist auch nur noch so ein knackpunkt die 6 und die 7 werden immer so ein bisschen kritisch ja es wird nichts oder ganz knapp ich habe es zwar geschafft aber durch den league schaffe ich es nicht ärgerlich creplot das ist echt ärgerlich ohne den league hätte ich es geschafft mache hier noch den 1 der kreis ich brauche ein bisschen mehr weil sie immer nacht so eine kritische schwelle sind immer uns bei der sakura blume wobei ich durch die so auch gut was weg steckt kann und durch die archer geht das schon passt jawohl ich bin durch die halten noch nicht das mit den zwei boots kann ich auf jeden fall zum king durch ich sollte den kings aufwerten aktuell sehe ich noch kein opening weil gerade die creplot sind natürlich am anfang sehr stark und das hier schwierig sie schlagen 13 13 wird uns was bringen also mir mir oder 13 was bringen so 14 15 wäre aber besser 14 15 wäre auf jeden fall besser so Vielleicht sollten wir 11 machen. Oder jetzt halt, ne? Ja, sind los. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Schwierig, schwierig. Ach, die Bietz. Das wird mir gleich wieder besetzt. Na du Katze. Ja, der wird gleich geschnocht. Aber jetzt schon den long safe zu machen, ist sehr riskant. Könnte auch ins Leere laufen. Da würde ich mich nicht unbedingt drauf verlassen. Ja, da muss man das einfach mal im Blick halten. Aber das ist irgendwie das einzige Opening, was ich sehe, in den Magic Waves zu gehen. Nicht wahr, Mizi? Ja. Das ist genau so. Ich habe auch geschnocht, Mensch. Das ist so cold. Da muss man nebenbei noch die Katze streicheln. beim Zocken. Wo gibt es denn sowas? Das ist ja noch jede Hunde da. Ja. Irgendwann kommen die dann halt doch durch. Eine Säte, die wir sch werk. Das ist ja noch bekanntlich. Ich will mich auch nicht. Ich fühle mich nicht. kann ich noch stecken machen weil er hat diese schlagen wir nehmen die turtle mit was soll es 600% das ist schon dauer Ja, sieht gut aus. Ja, habe ich es ja einfach mitgenommen. Wir haben uns auf jeden Fall erst mal ein Lied gesichert. Das war wichtig. Jetzt kann ich zwei Fürsten nehmen. Ende. Wir könnten natürlich jetzt noch noch Bier. Ob wir jetzt noch etwas reißen können? Ne, wir warten. Ich glaube, 17 macht am meisten Sinn. Man hat nicht damit gerechnet, dass ich jetzt Fürsten habe. Die habe ich gut versteckt. Ich nehme noch einen mit. Ich muss aufpassen, dass ich halten kann. Das ist auch noch ein cooler Skin. Muss man schon sagen. Mega-Tech-Speed. Schickt jeder runter. Ich muss noch auf 18 gehen. Jetzt haben sie gerade geschickt. Viel magischer Schaden ist jetzt nicht da. Ja, aber wir sollten jetzt schicken. Das hat noch fett Damage. Oh, können wir mal mitnehmen. Das sieht ganz gut aus. Mit dem Nimbus können wir noch ein bisschen was reißen, den verstärken wir. Schauen wir mal. Es werden auch immer mehr, was die schicken. Aber es sieht schon sehr gut aus. Ja, ich wollte er nicht lange halten. Sehr stark. Er hält für mich. Und das gibt richtig auf den Sack. Ja, das war's. Geil. Perfekt. So muss es sein. Das war eine geile Runde. Erst gar nicht gewusst, was zu tun ist. Gar nicht gewusst, wo man senden kann. Und am Ende hat er genau alles richtig gemacht. Perfekt. So, dann weiter runter leaschen. So, dann könnt ihr bei anderen Videos vorbei. Lasst einen Like ab, oder wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannt Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.